Just like it hot! Wir sind momentan sehr gut im Zeitplan, trotz dem Regen und dem Wetter, das uns ab und zu einen Strich durch die Rechnung macht. Aber ich kann da nur ein grosses Kompliment an die Mannschaft hinter mir weitergeben, die jetzt auch in diesem Wetter wieder am arbeiten ist. Und dementsprechend sollten wir eigentlich den Zeitplan tiptop einhalten. Es ist vor Jahren einmal ein Schotterboden oder ein Schotter-Kiesbett eingezogen worden hier im Seegrund unten. Das ermöglicht uns den ganzen Bühnenbau abzustützen, ohne dass wir ankern müssen. Sondern es steht wirklich nur auf dem Seeboden und ist nirgends verankert. Es steht auf Holzplatten, auf Trischungplatten, die mit Füssen vom Gerüsten verschraubt werden und dann mit dem Gewicht natürlich auf den Boden abgedrückt werden. Das Highlight von jeder Bühne ist eigentlich das Bühnenbild. Und das ist bei mir nicht anders. Wir werden in zwei Wochen das Bühnenbild aufbauen und werden mit einem riesigen Kran anstellen müssen, damit wir überhaupt so weit in den See rauskommen mit dem Bühnenbild. Und nicht alles Einzelteile raus tragen, damit wir uns aus dem Zeitplan nicht aufgehen. Wir werden dann an diesem Tag insgesamt fünf Fahrten machen mit dem Kran. Das ist für mich das absolute Highlight. Ich glaube auch für alle Jungs hier auf dem Platz. Das sind wirklich fast über fünf Tonnen. Und wir müssen auf 70 Meter Radius auf das Bühnenbild punktgenau platzieren. Das heisst, wir müssen Millimeter runter machen, was der Kranführer natürlich auch sehr gefordert ist. We like it hot hot You like it hot hot They like it hot hot Some like it HOT Yeah! Untertitelung des ZDF, 2020